naja mal gucken solange es noch läuft läuft auch hier schon wieder da waren wir ja schon mal ja ja also wir waren da schon schon mal das haben wir einmal gemacht aber auch nicht in der aufnahme das war kurz vor der aufnahme ihr habt es gemacht nicht genau oh gott jetzt jetzt spinnt wieder die grafikkarte toll mal schauen wie gut ich ins leere schießen kann ja dann würde ich sagen fangen wir an hier neben dir quasi ich weiß nicht können wir die schon wissen wir die ja schießen wir suchen mal was die gucken einfach nur wir sind nicht für welche ok sind die alle gewesen hallo trifft doch bleibt liegen headshot und erlebt da was ist denn da los so hallo einmal zweimal einmal gestanden sehe ich doch geschieht hinter so ein ding da und trifft hinter mir ist in er glaube ich oder neben mir hinter der mauer hinter der mauer ach wir konnten daraus geschossen bin ich jetzt sexistisch weil ich eine frau umgelegt habe oder ist gerade nicht sexistisch gut von mir ja ne gut ich gehe rein das war treasure also die andere treasure oh gott ich bin ich bin gleich dauernd hallo das ist ein toll ich habe in dem moment geschossen und der schießt mich über den haufen achtung da ist gleich hinter der tür habe ich gereicht gut selber selber sei ich schon sehr gut na das ist ja nächste koffe ihr habt ihr draußen erstmal ein bisschen wird eingesammelt nicht dass das schlecht wird ja die ganze geld und so fertig youtube voll alles klar rennig erst mal durch die durch die kartons so wie hört man es jetzt ja dass das hörst du und wenn du mit pet spielt dann vibriert ist und da musste anhalten und dann machte klack und dann musste in die andere richtung drehen ich glaube dreimal oder viermal und dann ist das ding offen wenn mich das klassisch aufsprechen muss oder so ja ich glaube beim ich weiß gar nicht ich glaube irgendwo ist da musste die auch aufsprechen die dinge das ist unser klubhaus schöner ja schöner ist weiß ich nicht aber die haben auf jeden fall mehr mitglieder oder hatten mehr mitglieder wir sind zu dritt wirst du und machen hier so ein riesen klubhaus fertig was denn da los na marco kriegst du hin mann ich kann nichts hören außerdem vibriert das nicht ja dann ist doof boah ist das ein krasser spiegel ja kommt immer darauf an auf welcher einstieg du spielst du hier nichts wenn ihr labert da ist noch einer auf klo hat gekackt idiot so na komm kommt schon wer ist lost so jetzt könnt ihr euch auch ein beutelchen nehmen hier am tresor sind drei gewesen und zwei liegen da noch naja und einen habe ich genommen marco rennt raus herz eilig das geld auszugeben jahe ich holte oder nehme ich den hier der ist ein bisschen gepanzert ich nehme mal den hier aber der hat einen platten glaube ich ja das kann natürlich sein so noch ein helmchen aufsetzen ich glaube der gefällt mir ganz gut den werde ich bei mir dann rein stellen oh ich bin ein bisschen langsamer als ihr ja das kann sein obwohl also so wie du grad abpist und wenn ich hier so geschnitten werde i believe i can fly im fall auf dich zeigt man hier oh mein gott ohja musst du die bolt abnehmen nein es freest gerade jetzt oh wei alter jetzt warst du grad vor mir ich war das gibt es doch nicht nicht ne ne immer alle stehen hier ja ja ne die fahrzeuge bleiben alle stehen auf einmal also und los ok ist richtig da wird komisch okay ich dachte gerade die polizei ist vor mir nach jetzt fließt schon wieder meine güte was sind heute los habe ich ganz schön lange fließe und fließt wieder und die grafik ja und du nimmst mit war ja damit ist dann jetzt schon wieder los wieso wieso ich war in ein land ohne texturen ich glaube ich muss gleich das spiel noch mal neu starten es fließt schon wieder langsamer damit die welt ein bisschen zeit hat zu generieren seit wann hast du mich überholt das mit dem kamikaze fahrer da vorne los auf einmal taucht da vor mir auf ist da los ja du ja bei mir fließt doch die ganze zeit habe keine ahnung also die fastplatte rattert auch gerade wieder ach man heute habe ich mal nicht das problem ja du hast ja dein rechner erstmal für 200 euro machen lassen ja gut dass den preis erwähnt hast ich meine geht ja auch noch jetzt kommen jetzt mal 50 euro drauf hast du nicht gesagt 30 kostet kostet ihr ach nee das ist ja deshalb mit lüfter netzkabel und lüfter netz netzteil und lüfter ja ja gut ich hoffe es ist nicht mehr so weit doch sondern ups hätte ich mal den heli genommen nein war mal wieder langsam damit ihr zeit hat zum nachladen ja schon abgeben ja ja du kannst du schon abgeben wir müssen ja sowieso alle abgeben hoch ist jetzt auch das kaputt gegangen aber noch das ist das ist da dieses haus am see oder ja ok das haus am see naja jetzt sechs wenn du dich kommt ja runter ich sprung schweine habt die quinn auf das haus gelandet so auch abgegeben jetzt nur noch philipp ja das ist verstecken wir sind gar nicht da hallo ist das denn auch du bist du musst jetzt das geld ab hier bei der haustür also da wurde gelbe licht klein ist auf dem boden so sieht es aus bestanden ich habe drei säcke ab 32 ja ich bin fast 50 so ihr lieben ich mache mal einen kurzen cut damit sich mein rechner so brauche ich in pausen damit sich meine rechner rechner mal kurz erholen kann gut alle klärchen also bis gleich 2 1 scheiß handy ja und damit willkommen zurück bei gta 5 online ich wollte gerade sagen die sims 4 nein falsches spiel ja ich habe jetzt den rechner wie gestartet ich hoffe jetzt geht alles so ich bin jetzt hier mein nachtclub jetzt jetzt wollen wir erstmal gucken wollen wir machen was dürfen wir machen was müssen wir machen ach so warte mal philipp du kannst eigentlich mal hier bleiben kurz am nachtclub ich kann ja mal gucken ob ich werbung betreiben muss so zwischendurch warum eigentlich nicht damit der nackte club läuft und bitte überfahren nicht meine gäste danke schade so ja marco ich weiß hätte es hätte es gerne wieder gemacht und wie ich philipp kenne so wie ich drin bin gibt da gas ja für dich ähm nimm mal so einen so einen schönen borsche ah nee mit dem borsche seit neuestem ruckelt es ja auch mit der lichtanlage aber nur hier das kurze stück hier habt die trappe jetzt wieder ganz komisch du musst die birne festdrehen oder auswechseln nein nicht das licht sondern das spiel ich muss das spiel festdrehen ja das kann vielleicht sein johu zwei sterne so ich leih mir doch nur ein auto aus ey ja ich meine ich will es gar nicht mehr zu haben ja ein bisschen werbung kann ich machen und die kann 10.000 dollar holen 10.000 dollar näher an meine luxo die luxo grande mhm genau so catching so dann ja also ich kann schon mal werbung betreiben jetzt nur noch schnell ähm 3.000 dollar ah das ist gut na philippe willst du dir was dazu verdienen ich glaube er ist noch nicht im club nö ach so vollgas weg ist er aha miip miip so jetzt dauert das mit dem auto knacken ein bisschen länger aha echt ja oh alter wir hatten wir oh heftig alter fisch ich fahr los und den äh schießt da er mit einer schrotflinte oah vielleicht wartet sein auto so mal gucken was ich jetzt machen muss nein nein oh ich heiße diese aufgabe ich setze hier pünktchen ich muss ein paar autos kaputt machen mal wieder ja unten lang fahren ach man die bullen die polizei polizei weil der steuert sich wie polizei der hat vorderrad antrieb doch weil er ein driftwagen ist eigentlich rückwärts wollte schon sagen ja jetzt hat das das hinten ausbricht vorne ist ein bisschen schlecht mit driften kannst du auch wenn du rückwärts fährst ja du hast irgendwas um die luft zu jagen das war oder ich habe meinen baseball schläger da steigt nur ein paar mal drauf weil alle andere wärme zu teuer was jetzt ja hier ein paar autos kaputt kloppen und ein paar typen die mich vielleicht daran stören wollen wieder da also der eine haut schon ab du kannst mitmachen wenn du möchtest klar je nach zeit deswegen ja ach also ich schaffte doch gemütlich immer alleine so fertig soja kann ich machen muss mir nur hier hier unten immer einen punkt setzen damit die gs welchen wirklichen und hinauf habe so soll ich aber langsam mal ab die wollen eine polizei die polizei auch mal wenn man kurz vorm ende ist und sterne wegkriegen denn sport der polizei ja ich hatte dafür auch ein lustiges erlebnis gehabt und jetzt die auch die zeit spontan im zivilwagen geworden ist ja 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 das machen sie teilweise wenn sie aus dem auto irgendwie raus geschossen werden oder das auto irgendwie in der luft fliegt dann dann schnappen sie sich auch mal ein zivilauto und fahren die hinterher das war die zeit das ist nett verwandlungskünstler verwandlungskünstler oh matrix ja 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 alter nee den brauchst du nicht war nur der hier du tue nur ein motorradram und das macht ding der schlägt immer noch auf ihn ein das ist ja gut ja passiert als wenn das aus steinen ist oder so stahl schlag zu ist ja gleich erledigt so fertig so komm ich juck's juck's ja ja wie jucken doch wehtun kann ich muss hier lang ich muss nicht da lang soll ich mich hier fest gefranzt ich brauche nur noch ein paar punkte und dann bist du verhaftet oder bist du dann scharf rang 32 ach so dachte ich noch ein pp punkte oder so ja pp punkte ja ähm mir überlegen ich überlege und überlege und überlege und überlege und überlege das tut dir nicht gut das tut lieber aber warum ich habe hier gemacht weil ich schraube waren nichts gut und jetzt nichts geht warum und der maruf der maruf da so genau verprügelt die luft die ist böse gewesen so ein stück zurücksetzen vielleicht die wagen kannst du leider nicht klauen ich habe ein anderes auto genommen was du eigentlich wollte